Ladies and Gentlemen, willkommen heute endlich mal wieder zurück zu einem weiteren Minecraft Video. Und zwar, meine Damen und Herren, seht ihr schon, ich befinde mich hier gerade auf einer fliegenden Insel irgendwo im Nirgendwo. Und heute, meine Damen und Herren, habe ich vor, mit euch eine richtig, richtig coole Minecraft Map zu spielen. Und zwar, diese Map ist dazu ausgelegt, um mich ein bisschen zu trollen. Aber Leute, werde ich mich nicht heute alleine trollen. Was? Das war doch nicht dein Einsatz, Mann. Psch, das war doch nicht dein Einsatz. Und zwar werde ich mich heute noch nicht alleine trollen lassen, denn ich habe jemanden mitgebracht. Es ist der gute... Nein, Buddy, falsche Re... Buddy, ist das die... Hier hinten, wir haben das doch geübt. Buddy, ja. Liebe Leute, das ist Buddy. Werden Buddy nicht kennt, der muss auf jeden Fall die nächsten Videos noch schauen. Vielleicht stellen wir den dann in der nächsten Zeit ein kleines bisschen mehr vor. Auf jeden Fall ist das der gute alte Buddy. Liebe Leute, ich werde mal sagen, wir starten das Ganze jetzt hier. Buddy, guck in die Kamera, das haben wir... Das haben wir doch so geübt, Buddy. Okay, Leute, wir würden jetzt einfach mal sagen, wir starten durch, oder? Bist du bereit, Buddy? Ich glaube, ich bin auch bereit. Du bist nicht bereit? Okay, dann komm mal mit. Ich glaube, das ist sogar der richtige Knopf, Leute. Diese Map nennt sich übrigens Troller Rooms oder sowas. Troller Cube, genau. So war es nämlich. Troller Room. Okay, Buddy, wir müssen jetzt aufpassen. Komm mal her, guck mal. Hier, du musst jetzt aufpassen. So, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, aus diesen Räumen hier rauszukommen. Und das war es eigentlich auch schon. So schwer kann es auch gar nicht sein. So, ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal in diese Kiste. Und in... Buddy, nein, nicht so. Nicht so. Du musst nicht so rauskommen. Hier gibt es so Lösungen und sowas. Die müssen wir machen. Und genau, genau. Das gibt so Rätsel und Lösungen. Und du... Buddy, ich weiß. Ich weiß. Du bist ein bisschen aufgeregt, weil das jetzt dein erstes Video ist. Aber wir schaffen es schon, okay? Wir schaffen es schon. Wir machen jetzt hier die Dream Team Power, okay? Zack, hier rein. Und dann müssen wir hier drauf drücken. Und dann... Guck mal, guck mal, guck mal. Hier ist noch was aufgegangen. Hier ist noch was aufgegangen. Oh. Oh, äh. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Das hier muss, glaube ich, hier hin. Okay. The map is not bargained. Äh. Äh? Hä? 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 Hä, was ist jetzt? Hä? Buddy was killed by Magic. Lass oder so was killed by Magic. Buddy, hast du irgendwas? Hast du irgendwas? Was? Machst du irgendwas? Du... 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 Lüg mich nicht an. Du weißt noch was. Du bist... Okay, gut. Wenn du das nicht warst, dann ist das in Ordnung. Ähm. Oops, we have a problem. Oops, we have a problem. Äh. Hä? Alter, diese Map ist richtig schlimm. Alter. Was ist das denn hier? Guck mal. Buddy, die trollt uns hier. Guck mal, hier ist ein Dings. Hast du... Hier ist ein Knopf. Ist was passiert? Hier ist nichts passiert. Hä? Wo bist du hin? Buddy, wo bist du hin? Oh oh. Warte, ich komm mal zu... Hä? Lol. Hä? Okay. Okay. Ich hab's am Anfang gesagt. Diese Troll-Map trollt. Aber so extrem hätte ich das jetzt nicht gedacht. Buddy, wir müssen jetzt versuchen, irgendwie nach da drüben zu kommen. Natürlich. Es sind unsichtbare Blöcke hier. Hä? Wer hätte es gedacht, Buddy? Wer hätte es gedacht? Pass bitte auf, dass du nicht stirbst. Alter. Ich brenne und brenne und brenne und brenne und ich höre nicht auf zu brennen. Oh, ist doch schönes Wetter heute, ne? Das ist doch super toll, oder? Ja, das ist ja Wahnsinn, oder? Okay, probier mal, dass du das schon mal ein Stückchen weiter vorschaffst. Los. Du musst jetzt springen. Ah! Nein! Komm aus dem Feuer, Buddy! Oh nein! Oh nein! Buddy, try to swim in Lava. Oh nein! Warte mal, kann man hier nicht rüber? Ich glaube, man muss hier rüber, oder? Ah! Das ist auch fake! Ah! Oh mein Gott! Das ist doch... Hä? Warte mal. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier wieder reingehen. Error. 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 Okay. Das da. Nein. Jetzt bin ich wieder da. Oh mein Gott. Okay. Probier's nochmal. Ja, nicht schlecht. Okay, Buddy, gib alles. Das ist falsch. Das war... Das ist, glaube ich, der richtige Weg, ne? Zack. Und dann... Zack. Oh mein Gott. Das ist richtig... Das ist richtig mies hier. Und ich glaube, dann ist das hier richtig. Und dann hier hin. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Buddy. Warte, wenn ich jetzt hier... Zack. Hä? Ist bei dir da... Ist bei dir da was aufgegangen? Okay, warte. Ich komm wieder zurück. Okay. Okay, ganz entspannt. Aber ich komm da, glaube ich, gar nicht... Oder? Und zack und zack. Oh mein Gott. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Komm rein, komm rein. Wo bist du? Buddy? Okay, warte mal. Oh, troll again. Ähm. Ja, die Frage ist jetzt halt, was ich hier machen soll. Ne? Ist das hier... Ist das jetzt hier richtig? Ähm. Ja. Ich fliege hier einfach gerade rum. Ich hab ne Levitation die ganze Zeit von sechs. Äh. Aber... Echt? Ich hab grad ge... Oh. Hä? Was zur Hölle? Äh... Okay. Ich versteh das gerade absolut nicht. Ja. 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 Ich bin jetzt... Jetzt bin ich gestorben. Hä? Hä? Was war das denn jetzt gerade? Und ich brenne halt einfach noch immer die ganze Zeit. Buddy, wo bist du? Komm mit. Ich bin schon weitergekommen. Wo bleibst du? 3, 2, 1. Komm mit, komm mit, komm mit. Warte. Vorsicht. Alter, ich seh hier unten gar nichts. Buddy, siehst du hier unten was? Kannst du da langlaufen? Nicht so schnell, ich seh nix. Ich kann nix erkennen. Was ist da? Ich seh nix. Buddy, sei jetzt nicht... Stell dich jetzt nicht so dumm an. Was ist da? Ich kann's nicht sehen. Oh, sorry. Hups, das wollte ich nicht. Ich kann da nix erkennen, Buddy. Du musst es machen. Ich seh... Ich seh da wirklich nix. Oh oh. Okay. Ähm. Buddy, was müssen wir hier tun? Aua. Hör auf mich zu hauen. Ist da ein Knopf oder so? Ich seh's nicht. Ich kann's nicht erkennen. Drück du den Knopf. Drück ihn. Drück ihn schnell. Ich kann da nix sehen. Ich erkenne da nix. Irgendwie. Oh oh. Leute, ihr seht wahrscheinlich auch gerade nix, weil es einfach viel zu dunkel ist hier gerade. Ich versteh's nicht. So, warte mal. Nimm mal... Oh. Ups. Äh. Ja. Jetzt haben wir das Licht kaputt gemacht. Äh. Du, du, warum... Warum setzt... Machst du da etwa wieder hin? Du machst da keinen Kacker wieder hin, oder? Komm raus jetzt. Wir müssen den Knopf drücken, Buddy. Wir müssen weiterkommen. Aber ich kann hier nix erkennen. Ich kann hier einfach nix sehen. Warte mal. Ich mach mal kurz, ähm... Äh... Hä? Hä? Hast du irgendwas gerade gedrückt? Buddy, komm da weg. Geh nicht... Buddy, hör... Hör auf. Hör auf. Nein. Komm wieder. Hä? Hä? Was ist hier los? Ich fliege einfach die ganze... Ich hab Levitation. Was muss ich hier machen? Buddy, hilf... Wo bist du? Buddy, du musst mir helfen. Was sollen wir denn jetzt... Was sollen wir denn jetzt hier tun? Müssen wir... Wo müssen wir denn hin? Warte mal. Chill mal. Chill mal. Chill mal. Chill mal. Chill mal. Warte mal. Vielleicht können wir uns nicht irgendwie einen Effekt geben oder so? Slash. Äh... Night. Ne, warte mal. Wie geht das nochmal? Slash. Effect. Genau. Lars oder so. Äh... Minecraft. Äh... Night. Neusier. Night Vision. Hör auf, mich zu hauen! Ich hab... Warte mal. Da hinten ist ein Knopf, Buddy. Warte, warte. Chill, 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 chill. Ich drücke jetzt einfach mal den Knopf. Lol, wieso? Ja, Buddy, du hättest auch einfach... Hä? Was ist denn das jetzt schon wieder? Ich check grad gar... Ich check grad gar nichts mehr. Ich brenne halt einfach immer noch. Thanks for playing. Hä? Was ist gerade passiert? Was war das? Was ist gerade geschehen? Hä? Ich check grad gar nichts mehr. Warte mal. Ich geh jetzt mal hier kurz in die Game Mode 1. Äh... Ich brenne einfach noch die ganze... Buddy, du stirbst hier... Warte mal. Water. Ich geh mal kurz hier. Zack. Einmal zack. Mach ich mal kurz. Ich lösche mich mal. Ah, egal. Äh... Hä? Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Also war das jetzt schon der ganze... Oh mein Gott. Das war so fies. Das war ja so ultra fies. Wartet mal. Was war hier drinne? Hier war das erste Level drinne. Okay. Thanks for playing. Ja, Buddy. Ich hab verstanden, dass du es... Ich hab verstanden, dass du es geschafft hast. Ich hab irgendwie das letzte nicht so gut hinbekommen, weil ich einfach gar nichts gesehen hatte. Und das war einfach das allerletzte Level, Leute. Oh. Buddy ist okay. So. Wir haben jetzt... Wir haben es geschafft. Okay? Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Danke fürs Spiel. Warte mal. Kann man das hier hinten nicht noch mal irgendwie ändern? Ähm... Machen wir hier. So. Warte, Buddy. Pass auf. Drück das gleich. Moment. Äh... Los. Drück mal den Knopf. Nein, Spaß. Buddy, du bist nicht dumm. Alles gut. Alter, wisst ihr was, Leute? Wir geben jetzt der Map hier alles zurück. Hier. Zack. TNT. TNT. So. Machen wir jetzt hier die TNT-Welt. So wie in guten alten Zeiten. Wir brauchen hier Flint and Steel. Flint and Steel. Oh. Äh... Buddy. Warte mal. Du könntest mir eigentlich helfen. Warte mal. Wir geben dir einfach mal ein bisschen TNT hier. Du kannst mir eigentlich gerade mal helfen, aber du musst auch ein bisschen in Deckung gehen. Nicht, dass ich dich jetzt gleich irgendwie ausversehen wegsprengen oder so. Hast du TNT bekommen? Du hast nichts... Hä? Hä? Wieso... Wieso geht das nicht? Das ist ja voll merkwürdig. Warte mal. Chill mal. Warte mal. Warte mal. Wir machen das so. Kann ich dir das nicht so rausschmeißen? Es geht nicht. Es geht nicht. Die Map ist verflucht, Buddy. Die Map ist verflucht. Okay, egal. Dann mache ich das jetzt alleine. So. Buddy. Geh ein bisschen in Deckung. Guck mal. Das sieht aus wie so Chili-Schoten irgendwie. Dieses Ding hier. Das sieht aus wie so eine große Chili-Schote irgendwie. So, Buddy. Wir werden demnächst nochmal diese Troller-Map 2. Diese Troll-Room-Escape. Keine Ahnung, wie die Map heißt, Mann. Die hat uns so mega getrollt. Wir werden die auf jeden Fall das nächste Mal nochmal spielen, wenn du Bock hast. Warte. Wir zünden jetzt einfach das TNT an. Ist mir jetzt auch egal. Geh ein bisschen in Deckung. Du musst weggehen. Du musst weggehen. Sonst wirst du hier nochmal in die Luft gesprengt. So, das hast du jetzt davon, blöde Map, Alter. So, machen wir auch nochmal alles weg. Zack, zack. Ich würde gerne, dass du auch mal ein bisschen hier wegsprengen kannst, damit du einfach dieses tolle Gefühlserlebnis von wir sprengen Sachen wegkommst. Ich kann gar nichts droppen irgendwie. Das geht halt irgendwie gar nicht. Warte mal. Vielleicht kann ich das sogar so machen. Chest. Vielleicht können wir die Map sogar austricksen, indem ich jetzt hier den hier mache. Buddy, komm mal her. Geht das? Guck mal in die Kiste. Hat das geklappt? Das funktioniert. Ja, irgendwie voll komisch, dass es hier so rumbackt irgendwie. Oh. Buddy, pass auf. Buddy, grend weg, grend weg. Oh mein Gott. Du bist so eine hohle Nuss, Mann. Du musst doch aufpassen. Nicht, dass du dich jetzt hier wieder tötest, wie beim letzten Mal. Das ist ja nicht cool. Wir machen jetzt hier einfach nochmal alles voll. Aber Leute. Falls ihr mehr Bock auf Buddy habt, ja, dann lasst mich das doch wissen mit einem... Guck mal, was macht er denn jetzt da? Was tust du da? Wenn ihr Bock auf mehr mit dem guten alten Buddy habt, dann lasst es mich doch wissen in den... Er ist einfach runtergespart, Buddy. Buddy, oh nein. Falls ihr Bock auf mehr mit diesem hohlen Brot ihr habt oder sowas, dann lasst es mich... Buddy ist dumm. Ja, das stimmt natürlich. Buddy ist tatsächlich dumm. Falls ihr Bock auf mehr mit diesem kleinen Hohlbrot ihr habt, dann lasst es mich doch wissen in den Kommentaren mit einem Daumen nach oben oder sonstigen Sachen. Liebe Leute. Und ich würde sagen, schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Da gibt es nämlich coole Fanartikel von mir. Zum Beispiel einen coolen Oda So Crew Pullover oder eine coole Oda So Crew Sachen halt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Buddy, du musst jetzt Tschüss sagen. Das war dein Schlusswort. Sag Tschüss. Tschüss. Tschüss, Buddy. Tschüss. Ciao. Ciao.